Verschwörungstheoretiker wollen uns weismachen, dass alles, was wir bisher über die Entstehung der Erde und der Menschheit wussten, eine Lüge ist. Aber es stellt sich heraus, dass ihre Kreativität manchmal echte Fakten hervorbringen kann. Einige Entdecker, wie zum Beispiel Zechariah Sitchin, der sich für verborgene Geschichten interessiert, meint, dass alte Tontafeln, die große Pyramide von Gizeh, seltsame Hyroglyphen, alte Felsreliefs mit einzigartigen Artefakten und viele andere Funde, die Wahrheit über den Schöpfer unserer Zivilisation enthüllen könnten. Aber am wichtigsten ist, dass Genetiker vor kurzem wertvolle Hinweise in unserer eigenen DNA gefunden haben. Wer hat also die Menschen erschaffen? 1849 führte der Archäologe Henry Layard mit seinem Team Ausgrabungen im Iran an den Ruinen von Sipar durch, einer nicht mehr existierenden Stadt. Sie war einst Teil einer glorreichen Region namens Mesopotamien und ihre Straßen sahen aus wie ein ausgeklügeltes Netz aus antiken Gebäuden. Dieser Ort wurde einst von den Sumerern bewohnt, eine sehr fortschrittliche Zivilisation, die ihrer Zeit in Bezug auf wissenschaftliche und technische Kenntnisse weit voraus war. Aber was war das Geheimnis ihrer Genialität? Archäologen taten ihr Bestes, um die Antwort zu finden. Deshalb war das Team überglücklich, als es nicht nur zwei oder zehn, sondern etwa 20.000 Tontafeln, geschrieben von alten sumerischen Schriftstellern, fanden. Dieser Schatz ist 5800 Jahre alt. Historiker warteten sehnsüchtig auf die Übersetzung, da sie hofften, dass eine so fortschrittliche Zivilisation Licht auf viele Dinge werfen würde, die wir nur schwer verstehen. Als die Forscher die Texte endlich erhielten, stellten sie fest, dass sich die sumerischen Schöpfungsmythen gelegentlich mit Volkserzählungen anderer Völker überschnitten, mit der Bibel und sogar mit einigen allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen Fakten. Trotzdem war die sumerische Version der Ereignisse ziemlich gut und gleichzeitig absolut verrückt. Wie ist das möglich? Nun, bleib einfach dran, um zu verstehen, was ich meine. Der Ausgangspunkt für den intellektuellen Sprung der alten Sumerer war der Tag, an dem sie Wissen von denen, die vom Himmel kamen, erhielten. Die sumerische Sprache hatte einen besonderen Begriff für diese Gottheiten, die Annunaki. Einigen Beschreibungen zufolge hatten sie Flügel, anderen zufolge waren sie halb Mensch, halb Vogel. Die Sumerer wollten ihre Fähigkeit zu fliegen hervorheben. In ihren Texten sagten die alten Menschen, dass diese Kreaturen meist wie Menschen aussahen, aber breitere Schultern hatten. Ihre Köpfe waren länglich und eiförmig. Die Annunaki konnten riesig groß sein, bis zu fünf Metern. Außerdem konnten sie mehr als tausend Jahre alt werden. Deshalb wurden sie als göttlich angesehen. Die Sumerer behaupteten, dass der Hauptgrund für den Abstieg der Annunaki auf die Erde die Suche nach Gold war. Das wirft die Frage auf, wozu brauchten allmächtige Götter ein paar Brocken Metall? Aber das ist noch nicht das Seltsamste an den sumerischen Schriften. Die Mitglieder der geheimnisvollen Zivilisation behaupteten, dass diese Kreaturen vom Himmel die Menschheit erschufen. Und zwar nicht aus Langeweile, sondern weil sie jemanden brauchten, der die schweren Aufgaben der Goldgewinnung für sie erledigt. Den Sumerern zufolge scheint es, dass die Menschen nur aus einem einzigen Grund entstanden sind, um die harte Arbeit anstelle dieser Superwesen zu erledigen. Der überraschendste Teil der frühen Texte ist jedoch eine Legende, die erzählt, wie genau die Menschen von den Göttern erschaffen wurden. Vor 250.000 Jahren überlegten die Annunaki, wie sie einen primitiven Arbeiter erschaffen könnten. Sie erinnerten sich daran, dass es bereits eine perfekte Lebensform gab, die für diese Rolle geeignet war. Es war ein Affe, dessen Körperbau dem ihren sehr ähnelte. Und doch waren die Tiere in ihrer evolutionären Entwicklung weit hinter ihnen zurück. Dann wurden die Affengene verändert. Das erinnert mich stark an biblische Motive, denn die Annunaki wollten auch einen Menschen nach ihrem Ebenbild schaffen. Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass dies das erste Mal in unserer Geschichte ist, dass die Evolutionstheorie und das Christentum so gut zusammenpassen. Die Menschen besiedelten riesige Gebiete und begannen, Gold abzubauen. Alles lief reibungslos, bis die Annunaki begannen, sich mit sterblichen Frauen zu paaren. Das führte zur Geburt von Hybriden, die weder die reinen Annunaki noch Menschen waren. Daraufhin beschloss der oberste Gott, die menschliche Rasse auszulöschen, um den Status quo wiederherzustellen. Und so rief er eine große Flut herbei. Die Annunaki kehrten in den Himmel zurück und sahen in aller Ruhe zu, wie ihre Schöpfungen starben. Als sich der Planet und seine Tierwelt erholt hatten, kehrten sie zurück und schufen neue Menschen, die viel perfekter waren als die vorherige Version. Die Annunaki bildeten sie in vielen Bereichen aus und machten sie hochintelligent. Kannst du erraten, wer diese besten Vertreter der menschlichen Spezies waren? Natürlich waren es die Sumerer, die rein zufällig die Verfasser der Tontafeln waren, die von Archäologen ausgegraben wurden. Und das ist noch nicht alles. Nach kurzer Zeit begannen die Sumerer mit den Annunaki zu kämpfen, weil sie sich nicht länger als Sklaven halten lassen wollten. Noch einmal kehrten die, die vom Himmel kamen, zurück. Nur dieses Mal waren sie großzügig zu den Menschen und ließen sie sogar ihr Wissen behalten und sich unabhängig weiterentwickeln. Also, was denkst du? So seltsam das auch klingen mag, auf den sumerischen Tafeln verschmelzen alle Theorien über die Erschaffung des Menschen zu einer einzigen. In diesen Kritzeleien wird alles Mögliche erwähnt. Evolution, Götter, die Menschen erschaffen. Und sogar eine außerirdische Zivilisation, die auf die Erde kam und hier das Leben erschuf. Das Seltsame ist, dass moderne Archäologen, Historiker und sogar Astronomen eine Menge Beweise gefunden haben, die jedes Wort dieser Legende belegen. Das liegt daran, dass die Annunaki höchstwahrscheinlich gar keine geheimnisvollen Götter waren. Sie waren etwas anderes. Natürlich sind die meisten heutigen Wissenschaftler skeptisch gegenüber den Tontafeln, die Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden wurden. Sie tun die Texte über die Annunaki als ein weiteres Beispiel für die unglaubliche Fantasie der alten Kulturen ab. Unsere Vorfahren hatten jede Menge Mythen in Petto, um alles zu erklären, was sie nicht verstehen konnten. Als zum Beispiel noch niemand Worte wie Meteorologie oder Gewitter kannte, hielt man die hellen Blitze am Himmel für göttlichen Zorn. Doch Seheria Sitchin, der Autor, der sich für die verborgenen Geschichten interessiert, denkt, dass die Sumerer viel zu klug waren, um das wirklich zu glauben. Die Wesen, die vom Himmel herabstiegen, um sie zu besuchen, waren wahrscheinlich etwas Realeres als fiktive Gottheiten. Der aserbaidschanische Gelehrte hat sein Leben buchstäblich den Annunaki gewidmet. Neben den Tafeln studierte er sorgfältig solche alten sumerischen Texte wie das Gilgamesch-Epos und den Schöpfungsmythos namens der Enuma-Elisch. Er untersuchte auch viele Hieroglyphen, Felsmalereien und Figuren, die in dem Gebiet gefunden wurden, zu dem einst Mesopotamien und Ägypten gehörten. So konnte Sacharias ein vollständiges Bild davon entwerfen, wie die Annunaki auf die Erde kamen. Dem Autor zufolge kamen sie direkt aus dem Weltraum zu den Menschen. Es gibt indirekte Beweise, die für die Sitchens-Theorie sprechen, wie die hittitischen Felsreliefs. Auf dem einen sind Dinge abgebildet wie eine Rakete, während auf dem anderen eine Kammer zu sehen ist, die Licht ausstrahlt und in der sich ein Gott befindet. Dies sind Hyroglyphen, die in der altägyptischen Stadt Abydos gefunden wurden. Du kannst Objekte erkennen, die einem Hubschrauber, einem Luftschiff und einem Raumschiff verblüffend ähnlich sind. Wie die aus Futurama. Es ist unmöglich, dass die alten Ägypter solche innovativen Technologien hatten. Folglich könnten diese Flugmaschinen zu einer hochentwickelten Zivilisation gehören. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die Annunaki mehr als nur eine Legende sind, bleibt eine Frage. Warum haben sie das Gold unseres Planeten abgebaut und wozu? Es wird vermutet, dass die Außerirdischen dieses Edelmetall nicht als Währung und nicht als Schmuck verwendeten. Sie brauchten das Gold, um eine Schutzschicht um ihre Heimatwelt zu errichten. Zacharias nahm die Tontafeln als Grundlage und nahm an, dass die Annunaki, nach diesen Texten zu urteilen, vom Planeten Nibiru stammen. Die sumerischen Schriften erzählen uns, dass er vor Hunderten von Millionen Jahren mit einem anderen Himmelskörper kollidierte, der sich in die Erde und den Mond aufspaltete. Nibiru wurde fast vollständig zerstört, sodass seine Bewohner regelmäßig zur Erde flogen und nach Goldgruben, um ihn wieder aufzubauen. Diese Gelegenheit bietet sich alle 3600 Jahre, wenn Nibiru und die Erde sich annähern. So lange braucht der Planet, um eine volle Umdrehung um die Sonne zu machen. Du denkst jetzt vielleicht, dass die Geschichte zu weit hergeholt klingt. Aber diese Version könnte das seltsame Verhalten des Uranus erklären. Astronomen haben festgestellt, dass der Planet auf seiner Bahn wackelt. John Anderson, ein Wissenschaftler des Jet Propulsion Laboratory der NASA, glaubt, dass dieses Phänomen durch die Gravitationsinteraktion mit einem anderen, der Wissenschaft unbekannten Planeten verursacht wird. Darüber hinaus können einige Bilder von antiken Artefakten tatsächlich als Beweis für die außerirdische Natur der Annunaki dienen. In der Region Mesopotamien stießen Experten auf mysteriöse Steinscheiben, die vor 10 oder 12.000 Jahren erstellt worden sind. Sie zeigen so etwas wie ein UFO, das im Begriff ist zu landen. Diese in Stein gehauenen Stücke verherrlichen König Hammurabi. Er regierte Babylon, das Teil von Mesopotamien war. Seltsamerweise ist neben dem König ein Gott zu sehen, dessen Kopfschmuck einem modernen Raumanzug verblüffend ähnlich sieht. Ein weiteres, ziemlich bizarres Felsrelief wird in Berlin im Tempel der mesopotamischen Göttin Ishtar aufbewahrt. Die Göttin hier trägt auch einen Helm, der mich wieder an einen Raumanzug erinnert. Sie scheint mit einer Spezialbrille und Kopfhörern ausgestattet zu sein, die an einer Art Flachantenne befestigt sind. Außerdem fanden Archäologen bei Ausgrabungen in der Region des ehemaligen Nineveh, einer Stadt in Obermesopotamien, eine merkwürdige runde Tafel, die auf die Zeit zwischen dem 10. und dem 7. Jahrhundert vor Christus hinweist. Verschwörungstheoretiker glauben, dass es das Handbuch für Raumschiffpiloten war. Die Entschlüsselung dieses Textes erforderte die Hilfe einer Vielzahl von Spezialisten, Linguisten, Mathematiker und Experten für die Raumfahrt. Gemeinsam stellten sie fest, dass die Tafel eine Reiseroute der obersten Gottheit der Anunnaki beschreibt, Enlil. Übrigens, wenn du dir die Bilder der sumerischen Götter genauer ansiehst, wirst du sehen, dass sie so ähnlich wie moderne Uhren trugen. Außerdem halfen die alten Texte den Wissenschaftlern dabei herauszufinden, dass die Standorte der sogenannten Raumhäfen tatsächlich mit den Entwicklungszentren der alten menschlichen Zivilisation zusammenfielen. Den sumerischen Tafeln zufolge benutzten außerirdische Luftkorridore über dem Tigris-Euphrat-Flusssystem, um über die Erde zu fliegen. Und das ist genau der Ort, an dem Ägypten und Mesopotamien lagen. Warum haben die außerirdischen Götter die Sumerer mit ihrer Anwesenheit gesegnet und warum besuchen sie ihre Raumhäfen nicht mehr? Vielleicht geschieht das aus dem Grund, den ein anderer wichtiger Kosmologe einmal vorgeschlagen hat. Stephen Hawking. Er glaubte, dass Außerirdische uns nicht kontaktieren, weil sie uns für eine extrem unterentwickelte Lebensform halten. Aber vielleicht wären wir viel weiterentwickelt, wenn die Sumerer sich nicht geweigert hätten, mit den Annunaki zusammenzuarbeiten. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, in wie vielen Lebensbereichen die alte sumerische Zivilisation seinerzeit Pionierarbeit geleistet hat. Nehmen wir zum Beispiel die grundlegendste Sache. Wir verdanken ihnen die Erfindung des Rats. Als nächstes entwickelten die Sumerer als erste ein komplexes Bewässerungssystem, die künstliche Bewässerung des Bodens. Und ihre Städte wurden im Schachbrettmuster gegründet. Dieses System wurde zum Vorbild für die zukünftige Stadtplanung. Vor langer Zeit begannen die Sumerer mit der Entwicklung von Metallurgie, bei der Kupfer und andere Metalle zur Herstellung verschiedener Werkzeuge und Waffen verwendet wurden. Sie stellten nicht nur Speere, Schwerter und Dolche aus Kupfer und Eisen her, sondern auch Rüstungen, wie Helme, Kettenhemden und Schilde. Das antike Volk von Mesopotamien erfand das erste Schriftsystem der Welt, die Keilschrift. Sie benutzten sie, um ihre Gesetze, Rituale, Geschäftsabschlüsse und andere wichtige Dokumente auf Tontafeln zu schreiben. Was die exakten Wissenschaften angeht, waren die Sumerer unübertroffen. Sie erfanden zum Beispiel ein sexagesimales Zahlensystem, das später modifiziert wurde und heute in der modernen Geometrie zur Messung von Zeit und Winkeln verwendet wird. Die Sumerer schufen auch einen der ersten Kalender in der Geschichte, der auf den Mondzyklen basiert. Ein Jahr wurde in zwölf Monate unterteilt und jeder Monat war unterteilt in 30 Tage. Nach den entzifferten Texten zu urteilen, hatten die alten Sumerer sehr genaue Informationen über unser Universum, die Sterne und Planeten. Schon vor 6000 Jahren wussten sie, dass die Erde die Sonne umkreist. Die sumerischen Astronomen teilten den Himmel in zwölf Tierkreiszeichen ein. Sie wussten über alle Planeten unseres Sonnensystems Bescheid, auch wenn Uranus zum Beispiel offiziell erst im Jahr 1781 und Pluto erst 1930 entdeckt wurden. Und vergiss nicht, dass sie zwischen dem 4. und 3. Jahrhundert vor Christus lebten, als sie nicht einmal davon träumen konnten, Teleskope oder andere wissenschaftliche Geräte zu besitzen. Natürlich würden wir gerne glauben, dass unsere Vorfahren genial genug waren, um all diese Dinge ohne die Hilfe von hochentwickelten Lebewesen zu entdecken. Aber es scheint, dass moderne Genetiker Beweise dafür gefunden haben, dass alles, was die Menschen haben, ein Geschenk der Annunaki ist. 1963 fanden die Wissenschaftler der Universität Stockholm, Margitnas und Sylvainnas heraus, dass die DNA im menschlichen Körper nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Zellkerns vorhanden ist. Letztere wird als mitochondriale DNA bezeichnet. Verschwörungstheoretiker glauben, dass dies die genetische Erschaffung der menschlichen DNA durch die Annunaki bestätigt. Die Götter wollten eine leicht zu erziehende Hybridrasse gebären, die sie vollständig kontrollieren konnten. Die mitochondriale DNA wird von der Mutter an ihre Kinder weitergegeben und könnte ein Schlüsselelement sein, um die Gene der Annunaki als integralen Bestandteil der menschlichen Biologie für die nächsten Generationen zu erhalten. Klingt verrückt, aber wenn diese Aussagen zumindest teilweise wahr sind, bedeutet das, dass die Außerirdischen wollten, dass wir ihren hohen Entwicklungsstand erreichen, aber nicht in der Lage sind, ihn zu übertreffen. Jeder Versuch, von diesem Plan abzuweichen, wurde sofort bestraft, weshalb es eine große Flut gab. Einige sumerische Texte sprechen auch von einem königlichen Nachkommen der Annunaki, König Gilgamesch. Eine Legende besagt, dass die Annunaki ihn mit auf den Raumflug nahmen, damit er die Erde aus der Ferne sehen konnte. Doch als Gilgamesch sah, wie die Erde immer kleiner wurde, geriet er in Panik und wurde zurückgebracht. Aber er ist nicht der einzige echte Mensch, der nach heutigen Vorstellungen irgendwie durch Außerirdische von Nibiru entführt worden sein könnte. Verschwörungstheoretiker glauben, dass eine berühmte Frau eine offensichtliche Nachfahrin der Annunaki war, nämlich Nofretete, Königin des alten Ägyptens. Sieh dir die Büste an, gefunden in der Stadt Amarna. Nofretete hatte ein eher ungewöhnliches Aussehen für eine ägyptische Herrscherin. Sie hatte einen außergewöhnlich langen Hals, große Augen und einen länglichen, eiförmigen Kopf. Das klingt sehr ähnlich wie die Beschreibungen der Annunaki. Auch Pharao Cheops soll mit diesen Außerirdischen verwandt sein, denn auf einer der antiken Statuen ist er ebenfalls mit einem seltsam aussehenden länglichen Kopf verewigt. Außerdem wurde er 96 Jahre alt, was für das alte Ägypten ungewöhnlich war. Damals lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes bei nur 40 Jahren. Aber das Wichtigste? Wenn der Pharao tatsächlich mit den Annunaki verwandt war, könnte das erklären, wie er es geschafft hat, ein so komplexes Bauwerk wie die große Pyramide von Gizeh zu errichten. Bis heute gibt es in der wissenschaftlichen Welt viele Kontroversen darüber, wie genau die riesigen Steinblöcke bewegt wurden und wofür die Pyramide eigentlich gedacht war. Außerdem gibt es eine Hypothese, die besagt, dass sie zusammen mit den anderen Pyramiden so aufgestellt wurde, um den Orion-Gürtel zu repräsentieren. Kurzum, es gibt eine unbestreitbare Tatsache. Die Durchführung eines solchen Projekts erfordert gute Kenntnisse in Astronomie, Mathematik und Technik. Und vielleicht werden die Außerirdischen von Nibiru unseren zukünftigen Generationen neue, unschätzbare Lektionen erteilen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Annunaki tatsächlich existieren und die Erde einmal alle 3600 Jahre besuchen, dann können wir ihr nächstes Erscheinen in 1500 Jahren erleben. Aber das setzt voraus, dass sich die Forscher bei der Berechnung des Datums ihres letzten Besuchs nicht geirrt haben. Die Gäste von Nibiru könnten sich schon viel früher ankündigen. Und niemand kann sagen, wie diese historischen Treffen aussehen werden. Die Annunaki könnten die Menschheit zerstören, wie sie es einst taten, oder die Menschen mit neuem Wissen und Technologien verwöhnen. Und noch immer ist unklar, wie sie uns behandeln werden. Als ihre Anhänger, Verbündete oder Sklaven. Heute sind sich Verschwörungstheoretiker sicher, dass Menschen mit RH-Negativen Blut die Nachfolger der Annunaki sein könnten. Diese Art von Blut ist nicht selten. Und viele berühmte Menschen der Vergangenheit und Gegenwart tragen sie. Vor allem die Königin des Vereinigten Königreichs. Elisabeth II. Tom Cruise. Beyoncé. Neil Armstrong. Wenn wir all diese Theorien ernst nehmen, müssen wir schon jetzt nach den Söhnen und Töchtern der außerirdischen Gottheiten suchen. Damit wir anständige Botschafter unserer Zivilisation haben, wenn die Zeit gekommen ist und unsere Schöpfer die Bühne betreten. Wir wollen doch keine Konflikte, oder? Also, verliere keine Zeit und finde die Blutgruppe deiner Verwandten heraus. Betrachte genau die Kopfform deiner Freunde. Analysiere die Durchschnittsgröße der Mitglieder deines Schulbasketballteams. Wenn du fertig bist, kommentiere unten und verrate uns die Namen möglicher Nachfahren der Annunaki. Wir müssen verhindern, dass eine weitere Flut die menschliche Spezies erneut auslöscht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017